Also ich finde es eine mega, mega coole Aktion und finde es super spannend, dass man die Fans einfach mit den Sportlern zusammenbringt und ihnen einfach mal so einen Tag bei uns im Training zeigt und ja, macht mega Spaß. Ich freue mich riesig. Ich bin über Instagram auf das Gewinnspiel gekommen, und habe gesehen, Skifahren, Sonnenschein mache ich mal mit und hatte dann das Glück, dass ich am Samstag informiert wurde und es hieß, hey du hast gewonnen und dann ging alles sehr schnell. Vielleicht kann ich am Schluss rückwärts fahren, das wäre cool und sonst vielleicht über eine kleine Schanze, wenn es mich hinlegt, ist auch nicht schlimm, wäre auch eine Erfahrung wert. Wir starten mit einem Warm-up und fangen dann wirklich mit ganz einfachen Sachen an und wenn wir sehen, dass das gut klappt, dann steigern wir das Ganze aber wirklich so, dass es für jeden, für jeden, was dabei ist und für jeden auch gut passt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. springen. Also ich war total positiv überrascht und es hat super viel Spaß gemacht, den Fortschritt zu sehen. Ja, war echt spannend, mal mit den Olympia-Athleten hier unterwegs zu sein und ein paar Tipps von denen zu bekommen. Ja, meine ersten Versuche im Funpark haben riesig Spaß gemacht. Boah, war echter Wahnsinn. Also ich bin echt überrascht, die haben sich so viel Mühe gegeben. Also es war auf jeden Fall einzigartig und mega cool, das mal gemacht zu haben. Also ohne TQ hätte ich das jetzt auf jeden Fall nicht gemacht. Deswegen ein sehr gelungener Traummoment.